Ich bin ganz fürchterlich in meiner Wut! Du fängst ja schon an zu schwitzen! Gar! Na komm schon, Gar! Ich will ja nur mit dir reden! Also komm doch, Gar! Ich beiß schon nicht. Noch nicht! Ich wollte dich nicht wütend machen. Wirklich nicht. Ich weiß auch, dass du nicht beißt. Wo läuft ich? Diese Statuen hier waren einmal ein Menschen, dein Bataillon. Was ist aus ihnen geworden? Nichts. Dafür hat einer gesorgt. Nichts ist aus ihnen geworden. Ich hab's vorausgesehen und mich dagegen gewehrt. Wogegen gewehrt? Frieden, Ruhe, diese Stille! Ich hab versucht, sie zu warnen. Aber niemand wollte mir glauben. Aber jetzt glaubt ihr mir, stimmt's, Männer? Wovor wolltest du sie warnen? Aidan! Das war alles er! Weißt du, er macht alles so still, weil er alles Gute aus ihnen heraussaugt. Das Gute an einem perfekten Ort stirbt, wenn man nicht gegen das Böse kämpfen muss. Aidan nährt sich also vom Guten in den Menschen. Wenn er alles Gute aus ihnen herausgesogen hat? Gabriel! Halt, du kommst nicht gegen ihn an. Ich hab's versucht. Er saugt den letzten Rest Gutes aus dir raus und verwendet es gegen dich. Bei mir gibt's nicht so viel zum Raussaugen. Du redest ja schon wie eine Verrückte. Welche Wahl hab ich schon, hä? Wenn ich nicht alles Gute, was noch in mir ist, freigebe, hab ich überhaupt keine Chance. Nein, bitte nicht. Wenn du alles Gute hergibst, hätt ich nichts mehr zurück, uns alle zu töten. Nur einen, Opa. Dich. Dich. Hau ab! Wenn ich mit dem Rest an Gutem, den ich noch habe, zu Eidern komme, nutze dem auch kein Gebet mehr. Du hast viel Kraft in dir, Gabriel. Und je eher du diese Quelle in dir erreichst, desto schneller können wir sie nutzen und die Welt verändern. Und jetzt lass dich fallen. Tiefer und tiefer. Ja. Dauerreich. Ein in die Stille. Sei still wie ein Stein. Still wie der Tod. Lass sie frei. Du kommst zu spät. Sie ist zu weit fort. Sieh doch selbst. Bald habe ich sie ganz in mich hineingesaugt. Nein! Steh auf und kämpfe mit mir! Was könnte ich dadurch gewinnen? Das kleine Licht, das selbst in deiner dunklen Seele noch glimmt, kann mich nicht stärker machen. Oh, nein! Gabriela! Aaaaaah! Aaaaaah! Komm schon, das kannst du doch besser, oder? Aaaaaah! 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 Komm her, du Rattenbastard! Dann mach ich dich fertig! Aaaaaah! 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 Nein! Aaaaaah! Ich will der Boden! Lass mich! Töte mich nicht! Aaaaaah! Aaaaaah! Xena nicht! Aaaaaah! 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 Musik Was? Was ist passiert? Ah, du bist frei. Aydan ist tot und deine Männer leider auch. Meine Männer sind seit Jahren tot, zur ewigen Ruhe gebracht von Aydan. Hätte er mit mir auch gern gemacht. Habe ich, habe ihn durchschaut und mich gewehrt. Er machte mich fast wahnsinnig. Tja, und das hat dir das Leben gerettet. Aydan konnte deinen Geist nicht zum Schweigen bringen. Deine Dämonen haben dich beschützt, weil du sie nicht bekämpft hast. Um zu überleben, musste ich es genauso machen und dir gehörige Angst einjagen, damit dein Geschrei Gabriel aufweckt. Deshalb hast du ihn fast getötet? Ich wusste, dass du selbst in diesem Zustand nicht zulassen würdest, dass ich einen Unschuldigen ermorde. Was mich betrifft, hat es funktioniert. Ich bin wirklich frei. Ich habe eine Frau und Kinder. Ich bin wirklich frei. Danke. Ich bin frei. Frei. Ich liebe die Freiheit. Ich habe dabei einiges über mich gelernt. Und du? Ich auch. Manchmal rede ich von deiner dunklen Seite, als wäre es eine Krankheit. Aber ohne sie wäre keiner von uns mehr hier. Irgendwie komisch. Ja. Habe ich wirklich Hände wie ein Matrose? Ich bin wirklich riesig. Es ist die Arbeit an derlaughs Antrieb. Ich bin ein wunderschnell. Hopp. . Untertitelung. BR 2018